Weißt du was? Wenn ich das Video nachher an einem Stück zeige, werde ich teilweise so was von stupide kommen. Wegen diesen blöden Grinsen zwischendrin. Also für mich so ein Schnittgrinsen. Verstehe ich? Warum willst du das dann an eurem Stück zeigen? Ja, weil es bestimmt auch die einen oder anderen lustig finden werden, diese stupide Grinsen. Das kann ja nicht schaden. Und jetzt habe ich es eh schon angesagt. Das erste elektronische Gerät, das ich jemals mir selbst von meinem eigenen Geld gekauft habe, war das erste... Warte mal, ich habe gerade die Grammatikproblematik. Das erste elektronische Gerät, das ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe, war das erste iPad Pro. Ja. So, jetzt haben wir es. Und das habe ich mir damals gekauft und das haben wir bis heute. Und immer wenn meine Mom und ich irgendwelche Briefe oder irgendwas zu schreiben haben, dann schreiben wir es meistens auf dem Teil. Wobei ich immer witzig finde, dass sie das Touchpad sucht, weil sie an ihrem PC ein Touchpad hat. Aus iPad hat ja am Bildschirm überall touchen. Das finde ich immer so süß, wenn sie dann da an der Tastatur versuchen, das Touchpadchen zu beziehen. Ja. Ich bestelle zu viel Zeug auf Amazon. Viel zu viel. Wirklich. Ich meine viel zu viel. Ich weiß auch nicht, aber es ist zu viel. Aber so ist es halt. Na ja. Also dann kommen wir jetzt zu meinem nächsten. Ich weiß nicht. Vielen Dank.